Ich freue mich, Sie zu sehen, aber das Haus ist noch nicht bereit. So, Deingeladene, kostet der Eintritt teures Geld! Ich bin verrückt und Verrückten ist es heiraten und versagt! Das glaube ich nicht. So logisch urteilt kein Verrückter. Ich lege Ihnen ein ärztliches Attest vor. Wann? In einer halben Stunde bringe ich Ihnen das Attest. Ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen mich nicht. Und wir verstehen uns selbst nicht. Ich glaube, der stirbt bald. Und ich werde alles erben. Ich bin froh! Man wird ewig leben können, nicht alle. Offenbar bin ich kurz davor zu fallen und das Bewusstsein zu verlieren. Nur der Vorhang weht im Wind. Zustände sind das. Wenn es keinen Hunger und keinen Durst gäbe auf der Welt, dann wären auch alle netter miteinander. Sorry, meine Meinung. Der Tonhof ist doch immer noch nicht da. Ich begreife das nicht! Bald kommt auch ein Platt Horn auf.